hallo und herzlich willkommen zurück zu planetcrafter aber gerade kurz was überlegen ich wollte doch noch so ein ding bauen einen bauernhof so bienenlarve müsste doch mittlerweile fertig sein ihn love ich komme nein ich habe nicht auf forschung gedrückt ich okay aber hier habe ich doch alles gebaut oder nicht licht 3 also licht ist drin kompass ist drin rucksack ist drin sauerstofftank habe ich keinen drin brauche ich ja nicht doch habe ich drin sauerstofftank ist drin und die maske ist nicht mehr drin okay das ist der eine platz der halt jetzt fehlt anheften 3 okay so was sagte ich sieben anzüge sind jetzt bin ich wieder überladen was ist hier noch drin okay darf das jetzt nicht voll machen aus mir über legierung ich brauche was wird man dann in magnesium habe ich habe ich super legierung und drei von den klumpen wasserflasche habe ich einen werde ich bienchen ja jetzt kann ich das ding bauen und ich baue es wenn es geht ein höher so recht dahin ich kann es nicht drinnen bauen ach ist das bitte das ding nicht drinnen bauen auch wasser muss trinken wo brauche ich das denn hin was ist hier angezeigt kann ich was irgendwo hin wo warte mal hier oh würde gehen hier mittig äh gibt es hier eigentlich eine mitte das hier ist die mitte also hier etwa ja da müsste es hin aber da passt es nicht dann uns halt hier ans eck was soll es okay äh wo muss ich denn da reingucken da das klärchen was habe ich denn jetzt gekriegt farming on mars was so jetzt wachsen hier pilze hoffentlich ja wie schnell naja 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 okay aber das ding war richtig teuer ne zwei bienenlarven geht ja mal gar nicht so dann gucken wir mal hier ist noch mal ein klumpen drin ich brauche aber drei wasser habe ich hier eingestellt dass er eine nachfrage nach wasser hat da macht er das ganze ding hier voll mit wasser das ist keine gute idee deshalb warum einen schrank für wasser und einen schrank für ich glaube schon warum war einfach dann die nähe und dann ist gut so ein schrank rechts für wasser kann ich den vielleicht auch so mal den kann ich hier hineinsetzen unten schrank wo wasser hinkommt naja man kommt schlecht drum aber was soll es hier nachfragen nach wasserflaschen ja nee 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 nicht fünf minus eins oder so nee oder null ja okay und hier nachfrage nach was sagte ich pilzen nee 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 hier hier lithium also wenn der schrank da hinten voll ist soll hier mit minus eins der lithium hier machen wir das genauso wasser mit minus eins und jo komm komm einen noch wie lange dauern hier die pilze nee zwei brauche ich hier noch warte mal eins zwei drei hm das sind ja nur vier pilze hier noch was drinne ein pilz dann nehme ich mal raus und pack den mal und der braucht ja keine nachfrage mehr nach wasser weil das kommt ja hier hin wenn was über ist ich muss natürlich das angebot noch einstellen natürlich warte Gemüse Warte Angebot Wasser Oh Kommen se Brr gibt's Kommen se Sehr sehr gut Den noch Nein nicht nachfrage Angebot Wasser Und der da oben auch Ich war doch früher hier oben, wo fliegt denn der jetzt hin? Da fliegt immer die gleiche Stelle, oder? Ja, gut, dass da keine Frösche sind, sonst wären die platt. Alter, ich war doch letztens noch hier oben. Geht doch. Angebot, Wasser. So, kommen die Dröhnchen? Ich habe extra so ein Ding dahin gemacht, ne? Ja, da kommt eine Drohne, super. Okay, wir gucken nach unserem... Der ist wie weit? Bei 62 Prozent. Okay. Jo. Da ist noch mal was drin. Den einen nehme ich mal raus. Der hinten ist bei 62 Prozent und die sind bei 68 Prozent. Da ist doch der... Da hinten? Viel langsamer. Hm. Ja, gute Frage. Was sieht denn hier aus? Immer noch zu viele Algen. Das glaube ich doch nicht. Hier ist Wasser drin. Hier ist Wasser drin. Hier ist Wasser drin. Da müsste doch jetzt... Oh, das Ding ist voll. Ah, Moment. Hm. Automatik ist aus. Oh, warte. Äh. Nelegender Stoff und Weizensamen nehme ich nicht raus. So, jetzt kann er starten. Ne, kann er nicht. Da kommen sie. Zack, zack. Und tschüss. Okay. Er ist immer noch voll. Aber ich glaube... So, ich mache jetzt mal den intelligenten Stoff. Das war... Ach, hier, ne? Da. Da. Und... Bauplan intelligenter Stoff. So, was habe ich jetzt bekommen dadurch? Nix oder was? Ähm. Ne, ne? Wie wollte ich bauen? Wieder einmal. Wir müssen noch mal gucken. Oben nicht noch zwei Klümpchen sind. Dann mache ich noch ein Wasser-Ding dahin. Ne, ist es nicht. Weil was? Warte mal. Wasser müsste... Ja, Wasser ist genug da. Silizium ist da. Okay. Hm. Wasser und Silizium ist da. Es fehlt... Pilze. Es fehlen schlicht und ergreifend die Pilze. Die hier sind bei 78%. Okay. Was ist, wenn oben die langsamer sind? Ach, ne. Guck mal. Jetzt hat er einen gemacht. Oh, sogar zwei. Dann waren oben die fertig, oder? Uh. Drei? Ja, okay. Dann gibt es halt oben jetzt keine Pilze mehr, ne? Ne, die sind ja draußen. Ich glaube, die sind jetzt alle. Wachstum bei sieben Prozent, ja. War egal. So, wir bauen... Oh, ne. Ich brauche noch eine super Legierung. Die hatte ich hier in Schrott getan, ne? Genau. Agnesium, Superlegierung, Aluminium. Alles am Start. Mehr Wasser. Ja. Joi, 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 joi. Wohin? 2, 3, 4, 5. Wohin? Und damit. Hier noch Platz? Nee, hier ist überall Alge. Alge, Alge, Alge. Dann kommst du. Das wäre Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Ungewöhnliche Larve, ungewöhnliche Larve, meine Larve und ungewöhnliche Larve. Und wo sind die? Ah, da. Ungewöhnliche Larve. War keine seltene. Wo sind die? Unter Wasser? Nee, ne? Die können doch nur hier im Umkreis irgendwo sich befinden. Hä? Was macht der denn eigentlich? Guck mal, da ist Wasser drin, ne? Okay, wie sieht's hier aus? Ah, das ist wohl wieder voll. Warte mal. Achso, die Rakete ist ja auch weg. Ah. Warte, dann nehme ich das hier mal raus. Warte, dann nehme ich das hier mal raus. Und pack's. In den Schrank. Weil die Dinger brauche ich ja auch dauernd. So. Ja. Geht doch jetzt flott. Wow. Fassbar. Das ist schon wieder weg hier dazugekommen. Aha. Okay, jetzt fehlt Wasser, ne? Ja, jetzt fehlt wieder Wasser. Also hier zwei von denen. Aber, na ja. Okay, sie wachsen. Langsam aber sicher wachsen sie. Die packe ich um den Schrank. Warte, ich guck hier. Wir sind bei 47%. 45%. Okay. Mutagene. So. Okay. Die Larve kommt weg. Gemeine. Ungewöhnliche. Was war da, der neue Schmetterling? Wollte ich doch gar nicht machen. Wollte eigentlich letztens schon ganz was anderes machen. Essen sollte ich mir vielleicht nochmal holen. Warte mal, kann ich nicht Essensrationen herstellen? Moment. Hier das, ne? Bohnig und Bohnen. Macht. Stellt viel, viel Gesundheit. Was ist denn viel? Bohnen. Was soll's? Dich noch. Und dann ist voll. Okay, super. Stellt viel Gesundheit wieder her. Oh, da sind nochmal drei drin. Zwei, drei. Okay. Dann brauche ich jetzt nur noch. Aluminium. Ognesium. Ognesium. Und ne super Linie. Dann gibt's noch mehr Wasser. Da hin. Dann komme ich nämlich besser ran. Wie sieht sie aus? Oh. Oh. Ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen. Wo wir genug Wasser haben. Sprich. Angebot. Wasser. Ist da was? Ich baue die jetzt ab. Wieso geht das nicht? Inventar nicht leer. Inventar. Achso. Geht's da hin? Inventar nicht leer. So. Okay. So. Das sieht aufgeräumter aus. Hoffe ich mal. Ich hoffe, das klappt jetzt hier auch noch. Also die brauchen ja eine Zeit lang, bis sie gewachsen sind. Und die sind jetzt bei... Noch nicht fertig. Die sind bei noch nicht fertig. Bei 87 Prozent. Okay. Jetzt stellt sich das gleich raus. Ob es funktioniert oder nicht. Wasser ist drin. Zwei Algen. Zwei Algen. Mutagene. Die Rakete. Wieder weg. Oh ja. Die ist schon wieder weg. Die ist schon wieder weg. Ähm. Ja. Die ist schon wieder weg. 150 Terra Token. Na alles klärchen. So. Jetzt sollte das aber doch ruck zuck gehen. Hier sieht's nicht ganz so wild aus. Mit diesen Türmchen. Wasser für die Dinger krieg ich da hinten. So. Jetzt müsste es hier gleich losgehen. Zack. Wo sind die Drohnen? Wo kommen sie? Drohnen? Ich glaube die waren schon da. Jupp. Rupp, 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 rupp. Genau. Aber macht noch nix. Das heißt wir haben nicht genügend Wasser. So. Machen wir das mal so. Das mach schon. Wo die alle nachgewachsen sind. Wasser brauche ich noch. Hallo. Mach hinne. Ja, eine Alge. Guck. Zwei Wasser sind drin. Ich kann mir Wasser immer oben rausnehmen, wenn ich was machen will. Das ist doch perfekt. Finde ich. Ich finde es eigentlich ganz schön perfekt. So. Okay. Thema beim ersten Mal angefangen und beim zweiten Mal fertig gebaut. Ah, das war auch letzte Woche, gell? Letztes Mal. Gestern. Ja, ich glaube es war gestern. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin gehabt euch gut und tschüss. Wir sehen uns morgen auf den weiterenờsten Mal. Wir sehen uns morgen. Ja.